Hallihallo Hallöle! Willkommen zurück zu WoW! Weiter geht's! Hier schlanken lassen wir mal. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Da kann man nebenbei vielleicht mal mitnehmen. Aber expliziter nach Farmen werde ich jetzt nicht. Nur um Kochen hochzumachen. Dann kann ich auch mal irgendwann später viel später machen. So, zieh mich zum Schluss so. Dann kann ich mal Kochen versuchen hochzumachen. Gucken, ob es sich überhaupt lohnt. Und falls ich aber mal ausgehe. So, um zu auf die Riesen aufpassen. Dass die nicht wieder ankommen. Hier ist auch nix. Da ist er wieder weg. Ein Borg. Komm mal her. So, noch zwei Wurks. Ach, das ist wieder ein... Erz. Beim Wurk. Nehmen wir gleich das Erz noch mit. Obst Kobalt wieder mitnehmen. Wieder vier Kobalt Erz. Bergbau auf 919. Mhm. Ich muss näher ran. Komm ran da auf Meter. So, noch ein Wurk vielleicht. Dann habe ich das schon mal fertig. Da ist mir wieder ein Hirsch. Ist noch ein Hirsch. Harry Hirsch. So. Die Hammards fehlen noch. Sieben Schaufelhornsteaks. Die waren ja hier bei den... ...Riesen in der Nähe. Wann auf alle Fälle ja nicht rot. Das ist wieder ein Wurk. Wurk sind hier ohne Ende. Aber die anderen finde ich jetzt nicht. Die Schaufelhorn. Schaufelhorn, wie die hießen. Ah, da sind nur zwei. Langhofgrasfresser. Genau. So hießen die. Langhofgrasfresser. Bei den Riesen finde ich gar nicht lustig. Genau. Komm mal her. Ja. Kommt das schon. Nein. Was soll das immer. Stoßzahnbepette Großstab der Schnellklinge. Brauch ich nicht. Da ist er hingelaufen. Der zweite. Oh. Genau bei den Riesen. Was soll der Mist. Dazu noch so viele. Und da ist wieder einer. Da ist mal ein Wurk. Noch ein Wurk. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Wenn der auf einem Session machen wir auf alle Fälle die 80 fällig. Das ist ja schon fast zu weit. Das ist ja nicht mehr weit hin. Das ist ja nicht mehr weit hin. Das ist ja nicht mehr weit hin. Oh, diesmal nicht. Schön. Noch fünf. Da ist noch einer. Da ist nur diese. Zack, zack, zack. Kanope Deltra Carpheus. Eine Kanope. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Ist mir nicht bekannt. Mal gleich gucken. Was eine Kanope ist. Nach der Aufnahme hier gucke ich mal nach. Das interessiert mich jetzt schon. Langhofkreisfresser. Bleib stehen. So. So ist brav. Komm immer schön zu Papa. Ja. Bleib schön stehen. Jawohl. Ja, bleib schön stehen. Jawohl. Wo drehen die sich rum. Aber müssen die Riesen auch aggro sein, ey. Was ist da los? Was ist da los? Wie viele? Ach da. Noch zwei Stück. Only two left. Da ist einer. Ganz versteckt sich da. Nicht verstecken du. Ich finde die sowieso. Jaja, ist ja gut. Da. 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 Jawohl. Noch einen. Äh. Schnell abhauen. Bevor so eine Riese wiederkommt. Ah. Es sind aber vielleicht viele, die rumtanzen, ey. Hm. Wenn ich wüsste, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wüsste ich jetzt. Probier ich mal aus. Zwischen denen durch. Vielleicht sind die hier hinten ja nicht so sehr. Ach. Na ja. Noch keiner in der Nähe. Was würde die Erde ja so beben? Schön, Hammer. War mal leckt das schon wieder. Boah, ich hasse meinen PC. Macht keinen Spaß. Mehr so was. Irgendwas stimmt ja nicht. Ach, Mensch. Ach. Ich glaube, ich weiß, warum. Mhm. Hm. Hm. System... ...Grafik... Fahre mal auf 1. Hat er glaube ich nicht mal auf 2 gehabt? Ich glaube ja. Wie, keine Rückmeldung? Du willst mir veräppeln oder was? Boah. Sache, ich hasse meinen PC. Macht keinen Spaß mehr. Komm, mach an da. Ja, lad alles. Fertig geladen. Weiter geht's. Hallo. Ja, Tamba? Ja, du auch. Äh, Beschütze der Dracari und Orakel der Dracari ist dahinten. Öh. Das ist sicher, nein. Jo. Hier sind's wir. Treiben sie sich rum. Das war Nummer 1. Der nächste kommt sofort. Ich muss näher ran. Ach, zu weit. Ach, das ist ein Boss. Geht. Oh. Oh, Erk gee. Beschützer. Komm mal her. Willst du ein A kaufen? Ein A. Nein? Kein A kaufen? Ich habe auch noch ein D im Angebot. Ein D. Ruhig, ruhig. Willst du ein D kaufen? Nee, auch nicht. Schade. Da haben wir schon die ersten. Da ist mir ein Borg nebenbei. Können wir auch legen. Komm her. Bevor du mich nervst. Okay. Heiliges Mojo. Nee, brauche ich nicht. Ach komm, 14 Mal was. Geht schneller. Fast 7000 AP. Auch nicht schlecht. Orakel. Und Beschützer, brauche ich auch. Und tschüss. Tschüss. Nur Beschützer sind hier. Okay. Aber ich kriege jetzt in der Aufnahme sowieso nicht mehr fertig. Können die Quests. Wir fehlen ja zu viele. Wir fehlen ja zu viele. Oder ja, mal gucken. Die Beschützer. Ja, sind ja hier noch. Ja, noch zwei. Das ist kein Problem. J interdisciplinary. Ja, wir sind jetzt. Ja, wir versuchen jetzt einiges. Das ist kein Problem. Go. Ja. Ja. Ja, wir sind. Ja. 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 noch ein beschützer noch sieben orakel das ist ein orakel diese priester ist noch einer ruhig jungs ganz ruhig bleiben nicht aufregen ist auch gleich geschichte ja 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 nein doch vielleicht was man kurz abhauen wegen den riesen die riesen sei gepriesen wo man jetzt eben hier eine kurze pause in der nächsten folge werden wir die quest fertig haben auch level 80 werden dann haben wir alles erreicht so aber bis dahin machen kurze pause ich schaue nach was sie mal keine opel genau keine opel heißen bis dahin wir sehen uns in der nächsten folge von ww sein schön mit